Hallo Leute, in diesem Video werdet ihr einige der besten Robotersauger auf dem Markt kennenlernen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Kundenzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen finden Sie im Beschreibungsfeld unten. Abonniere unbedingt unseren Kanal oder klicke auf das Glockensymbol unten, um als erster über unsere Videos informiert zu sein. Auf Platz 3 steht der Medion Robotersauger. Hier ist der Medion Robotersauger mit Ladestation E32 die ultimative Lösung für mühelose Bodenreinigung. Mit modernster Technologie entwickelt, ist dieser Robotersauger darauf ausgelegt, Hartböden, Fliesen und Laminat mit unübertroffener Effizienz zu bewältigen. Sagt auf Wiedersehen zu mühsamen manuellen Staubsaugen und Hallo zu makellosen Böden mit minimalem Aufwand. Mit der Optimierung für Tierhaare beseitigt der Medion E32 mühelos Tierhaare, Hautschuppen und Schmutz und hinterlässt ihre Böden makellos und frei von Allergenen. Sein leistungsstarker Direktsaugmechanismus sorgt für gründliche Reinigung und Ring in jede Ecke vor, um Schmutz und Staub aufzunehmen. Eine der herausragenden Funktionen des Medion E32 ist sein intelligentes Navigationssystem, das es ihm ermöglicht, ihren Raum zu kartieren und effizient um Hindernisse herum zu navigieren. Sie können diesem intelligenten Staubsauger vertrauen, dass er jeden Zentimeter ihrer Böden abdeckt und bei jeder Sitzung eine umfassende Reinigung gewährleistet. Auf Platz 2 steht der Medion Robotersauger mit Saugstation. Hier ist der Medion Robotersauger mit Saugstation und Wischfunktion X20SW Plus, ihr ultimativer Reinigungsbegleiter für ein makelloses Zuhause. Mit hochmodernen Funktionen ausgestattet, bietet dieser 2-in-1 Robotersauger beispiellose Bequemlichkeit und Effizienz. Ausgestattet mit Lasernavigationstechnologie kartiert der Medion X20SW Plus präzise ihren Raum, um genaue Reinigungspfade zu erstellen. Sagen Sie auf Wiedersehen zu übersehenden Stellen und Hallo zu gründlicher, systematischer Reinigung jedes Mal. Mit seinen intelligenten Kartierungsfähigkeiten navigiert dieser Roboterstaubsauger mühelos um Möbel und Hindernisse herum und sorgt dafür, dass kein Winkel unberührt bleibt. Mit einer leistungsstarken Saugleistung von 3000 Pascal bewältigt der Medion X20SW Plus Schmutz, Staub und Schmutz mühelos. Vom Tierhaar bis zu feinen Partikeln hinterlässt dieser Staubsauger ihre Böden makellos sauber und liefert außergewöhnliche Ergebnisse auf Hartböden, Teppichen und allem dazwischen. Auf Platz 1 steht der Sarko V5 Sprorobotersauger. Hier ist der Sarko V5 Sprorobotersauger mit Wischfunktion, ihr zuverlässiger Partner für die mühelose Pflege eines sauberen und ordentlichen Zuhauses. Mit fortschrittlichen Funktionen und intelligentem Design entwickelt, ist dieser Robotersauger die ultimative Lösung für geschäftige Haushalte. Ausgestattet mit leistungsstarken Saugfähigkeiten entfernt der Sarko V5 Spror mühelos Schmutz, Staub und Schmutz von Hartböden und Teppichen und hinterlässt ihr Zuhause makellos sauber. Sagen Sie auf Wiedersehen zum manuellen Staubsaugen und Hallo zur automatisierten, freihändigen Reinigung. Aber das ist noch nicht alles, der Sarko V5 Spror geht über das Staubsaugen hinaus mit seiner integrierten Wischfunktion. Mit einer sanften, aber effektiven Wischbewegung beseitigt er hartnäckige Flecken und Verschüttungen und verleiht ihren Böden einen glänzenden Abschluss. Ob schlammige Fußabdrücke oder klebrige Verschüttungen, dieser vielseitige Roboterstaubsauger bewältigt sie mühelos. Für mehr Bequemlichkeit bietet der Sarko V5 Spror verschiedene Reinigungsmodi, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Ob Sie eine schnelle Reinigung oder eine gründliche Tiefenreinigung bevorzugen, wählen Sie einfach den entsprechenden Modus und lassen Sie den Roboterstaubsauger den Rest erledigen. Mit seinem intelligenten Navigationssystem manövriert er mühelos um Möbel und Hindernisse herum und sorgt für eine umfassende Abdeckung Ihres Zuhauses.